Hallo zum Screencast über die Unix Linux Befehle, Ping, Traceroute und NS Lookup. Wir starten die VM, sind in den gewohnten Desktop und rufen ein Terminal auf. Ich maximiere dieses Fenster, stelle fest, die Schrift ist viel zu klein. Hier ein Tipp, Steuerungstaste, mit links haben Sie allgemeine Optionen für das Terminal, mit rechts haben Sie die Möglichkeit den Font zu ändern, unreadable. Aha, Unix Entwickler haben einen gewissen Humor. Wir nehmen mal Large, reicht nicht. Huge, gut. So weit so schön. Nun geht es um die ersten Unix Linux Befehle zum Erkunden des Internets. Ich sagte Ihnen ja, dass Sie das mit Manualseiten machen können. Sie könnten es auch erstmal mal so versuchen mit Ping. Und wenn Sie nichts dahinter an Parametern angeben, dann kriegen Sie eine Kurzfassung. In den eckigen Klammern stehen fakultative Parameter, Optionen, auf die Destination. Können Sie in diesem Fall nicht verzichten. Wenn Sie mehr wissen wollen über einen Unix Befehl, rufen Sie die Manual Pages auf, kurz M-A-N. Und dann den vermeintlichen Unix Befehl, in diesem Fall Ping. Und Sie sehen, da steht einiges. In aller Regel reicht der Halbsatz hinter dem Unix Befehl. ICMP ist ein Protokoll, das werden wir uns später nochmal anschauen. Eine Zusammenfassung, die Synopsis der Parameter. Eine Beschreibung über einen Halbsatz hinausgehend. Und dann werden die ganzen Optionen erläutert. Wichtig ist, Sie kommen hier nur raus, wie es da unten steht, indem Sie Q wie Quid eingeben. Gut. Reinigen wir mal den Bildschirm. Und jetzt pingeln wir unseren Server an. Also mit dem Domain-Namen ars.nova.eu. Und schauen wir mal. Es werden also Pakete von 64 Bytes verschickt und die Roundtrip-Zeiten dort angezeigt. Ich breche das ab mit STRG-C, altbekanntes Kommando unter Unix. Und dann kriegen wir nochmal eine Zusammenfassung, wie viele Pakete übertragen wurden, wie viele wir zurückbekommen haben. Ja, der Server ist am Leben, 0%. Und das Ganze hat nun für eine Abfrage im Mittel 32 Millisekunden gedauert. Zweiter Befehl. Sie wollen die Wege erkunden, die zu diesem Server geführt haben. Mit Traceroute und natürlich die Destination ars.nova.eu. Hier werden 60 Byte-Pakete verschickt. Maximal über 30 Stellen im Internet. Hopps. Und Sie sehen, es geht raus über meinen Router. Ich will keinen Namen nennen. Dann sind es mir unbekannte Rechner. Und Sie sehen zumindestens, dass wir bei einem gewissen Anbieter für Root-Server gehostet sind. Das war's für den Moment. Das war's für den Moment.